Hallo und frohe Weihnachten zusammen. Wie versprochen am Heiligabend noch eine schnelle Auslosung. Ich halte das Ganze tatsächlich kurz, weil mich hat die ganz böse, harte Männergrippe erwischt. Deswegen nicht viele Worte, sondern ich habe hier diesen wundervollen Lossack. Hier drauf habe ich all eure Namen der Leute, die erfolgreich teilgenommen haben. Jetzt zeigen die jetzt nicht alle einzeln durch. Ich habe hier jeden einmal aufgeschrieben. Und dann beginnt der Spaß. Falten die alle ein bisschen zusammen. Im Hintergrund seht ihr meine persönliche Glücksfee, das rote Etwas. So, die Dinger sind drin. So, dann noch mal jetzt einmal hier. Richtig schön. Die gehen doch voll kaputt. So, und dann... Der Gewinner ist... Der Gewinner ist... Der am weitesten entfernte, der liebe Chris. Herzlichen Glückwunsch und frohe Weihnachten. Dann müssen wir wohl jetzt in irgendeiner Form zusammen Fotos machen. Sie dürfen jetzt nach Deutschland reisen. Ja, ich freue mich. Und ja, dann würde ich sagen, euch allen zusammen frohe Weihnachten und bis demnächst. Ciao.